Ich hätte es extrem gefeiert, wenn man gesehen hätte, okay, passt, der und der höheren Schwierigkeitsgrad, das siehst du noch extra noch so, boah, Tiggi, Maschala, du hast noch einen höheren Schwierigkeitsgrad geschafft, hier kriegst du sogar noch so einen extra Stempel, damit sagst du, ja, ja, Tiggi, ich hatte was Höheres gehabt, das wär's. Jetzt aber wieder die Quale Wahl, würde ich fast sagen, auf die Gesundheit, obwohl die Genauigkeit auch nicht schlecht wäre, aber ich würde mal eher auf die Gesundheit gehen, definitiv, definitiv die Gesundheit, weil viel Hammer ist ehrlich gesagt nimmer. Mhm, ist mir's schon wert, ist mir's definitiv schon wert. Boah, Magazikus, was wär's? Safe. Mhm, 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 mhm. Mache ich wieder meine Standards, mache, mache ich lieber wieder meine Standards, muss ich sagen. Gehen wir schon, gehen wir schon, Bu sebagai, kommen wir schon. Dürfen wir schon, wenn wir dann mal unseren ersten großen Bossgegner dann. Sind wir специada, wir sind definitiv gefehada? Definitiv. Ah, kommen wir mal her, Bu такие. Kommen wir mal her da. Aber cool wie er zielt. Finde ich cool. wieder aufpassen und der erste weg sagt er wieder daher sicher wie ich wäre ich wir haben jetzt einmal so ein großes problem danach ist kompliziert oder den kriegen wenn man da jemand helfen wird dann ja auch dann kriegt man den definitiv aufpassen wir haben dann ganz an ganz großen wie oft noch oder passendet genug auf danke so lieber schule pur ich glaube jetzt lernen wir den großen können schön langsam für langsam ja dann schweigte davon das seite neues gibt es auch nicht wie es mir da irgendwann eine läuft sind gefickt wir sind gefickt h das ist das ist nicht das ist wirklich ließ hoch das wird nichts es wird nichts ich hätte ich hätte ich aber ganz schnell aber ganz ganz schnell ja passt ausdauer haben wir noch ausdauer haben wir noch mehr ist genug was hoch wacker gestein burscht gestein wirklich am ursch das 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 ist lustig oder schieß einmal auf ihrem hakt wenigstens mal ich das ist ich das ist wie bitte ich habe jetzt schon keine munition wie bitte Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Ich hab keine Munition. Wie bitte? Wie bitte verbraucht? Lauf, Gige, lauf! Mhm. Je größer sie sind, desto weiter lauf. Auf Vorsicht, jetzt sitzt du nicht drin. Mhm. An den Großen hat man's gemerkt, den Schwierigkeitskader. An den Großen definitiv. Oh, der Pistoteppert. Pistoteppert. Der hat was können. Der hat definitiv was können. Der hat definitiv was können. Pistoteppert. Pst. Oh! Komm hier, da. Dann gibt's mehr Muni, komm hier. Sehr gut. Sogar noch geiler Ohr noch, mein Schlauch. Das ist jetzt egal. Konzentrieren wir uns darauf, zu Fort Hope zu kommen. Nicht mit dieser Waffe, oder allgemein mit den Waffen, sondern erst im Laufe des Spiels ist es dann auch wieder was. Das macht schon ordentlichen Unterschied. Das macht definitiv einen Unterschied. Oh, es kann nicht hinkommen. Schau's lecker aus, Savara. Schau's lecker aus. Alter, das ist Geräusch, Alter. Wieso, wie sehr man teilweise auf den Havara aufpassen muss, das ist ein Wahnsinn. Die Ränder ständig rein. Da musst du schon aufpassen. Da musst du definitiv aufpassen. Oh, schießt gleich drauf. Tschüss. Sagt sich schon aus, oder? Tschüss. Was haben wir denn da schönes? Soll ich? Soll ich? Na, immerhin Kupfer. Alles Schwarz, aber auch Hauptsache Kupfer. Das kann jetzt interessant sein. Ja, für alle Fälle, für alle Fälle. Jetzt ist es wurscht. Oh, nice! Nice, nice, nice. Plötzlich mal vor meiner Fresse verschwunden. Ja, der nächste, was gleich verschwindet. Sehr gut. Oh ja, voll. Oh ja, voll, das sollte man ja irgendwas tun. Na los, Großer. Ich helfe dir. Ja, passt. Wie ist das jetzt noch was? Ich habe sogar extra noch einen Defi, oder? Ich habe extra noch sogar eine Defi. Ich habe viel. Ja, ich habe sehr viel. Einmal. Schaue ich aber lieber dann doch noch da herum. Ich hoffe nur, ich hoffe so sehr, dass man der, das ist eine Tidel da finden. Das ist, dass sie das wieder auszahlt so ein bisschen. Alle Verbandskästen fladert. Super. Oh ja, Gott sei Dank. Gönn die Ding, gönn die. Ach, Gott sei Dank. Gönn ich? Mach mal. Wow, 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 wow. 4.000 Kupfer, Alter. Das ist mir's dann doch nicht wert. Das ist mir's dann doch nicht wert. Da warte ich rüber. Wow, wunderschön gefällt. Wunderschön. Ja, für die Pistole ist okay. Obwohl, ich mag meine Pistole. Oh fuck. Oh fuck. Wenn ihr das kustet, oder? Wenn ihr das kustet. Ja, passt. Gott sei Dank. Guck mir her. Aber jetzt ganz schnell. Jetzt geht's, geht's jetzt. Ja, passt, 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 passt. Schaut unsereuermäuter. So, Bro. Schauen wir mal, was haben wir denn das schönes. Huh, das wär's. Das wär's immer wieder nicht. So viel immer wieder nicht. Fuck. Ja, 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 jetzt kapieren wir da endlich, Gott sei Dank, oder? Schon wieder hier. Bin schon da, Burleschule, bin ja Witschekäuf. Ja dann. Hoffen wir, dass ich da wenigstens jetzt irgendwo eine kleine Heile hinterherkriege, sonst schaut's ein bisschen los. Sehr, sehr kritisch aus für uns. Sehr, sehr kritisch. Hast du was aufkriegen, ist das wie Geburtstag und Weihnachten zusammen? Wo war'n meins? Wo ist das aus? Wo war'n meins? Oh, da, ich hab das extra Kopf gehabt, die ganze Zeit. Gar nicht Zeit, dass ich die Chance genutzt hab. Das wär... Oh, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Moment, ich muss da ein Pflaster draufkleben. Komm, ich mach das. Oh, ne, 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 danke schön, Digi. Frag mich zwar nur, wie ich das... ...möglichen kann, aber noch gut. Verarztet euch lieber. Wird schon schief! Komm her. Komm her, aber du, du bist mir sicher nicht hin, oder? Der Deffi hat sich dann schon wieder ausgezahlt. Der Deffi hat sich definitiv wieder ausgezahlt. Der Deffi hat sich definitiv wieder ausgezahlt. Ist's, der Deppert. Ah, okay. Kostenlos. Ist... Ist doch kostenlos! Darf ich noch machen? Oder? Ist doch kostenlos! Ist... Alles safe! Alles safe! Wenn's kostenlos ist. Gibt's da was Gutes, oder magst du mich bloß nicht? Das brauch ich noch. Oh, Piktor, aber du hast so wenig... Muni, Alter. Dauerhafte Muni. Ja? Ja? Nee? 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 Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. Du bist so, wenn du aufst.. Ja, nee... Nee, nee, andere nicht! Nee, nein, 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 oder isch? Naulli, ich bin nicht leser! größerät, oder? Und ich will das nicht leisten! Genau? Steiga mão, ich bin. Löwen, klein, klein! Oh! Nee, fiziete Popular! irgendwie suchen polizisten geben das ist kein hederser kleiner jedes mal jedes mal wird sich nie erinnern ich erlöse dich von dem bösen armen oh shit oh shit ein großer kund er schaut ein bisschen böse aus ich glaube es nicht so gut da in der da gleich so genau von meiner fresse da her läuft oder ist eh klar aha 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 okay okay hat's erledigt hat's erledigt hat's erledigt für mich definitiv weiter als ganze team das ganze team oder mhm das ganze team ist mehrgang du scheiße ach du scheiße dann merkt man den unterschied da merkt man definitiv den unterschied wenigstens einen kleinen bonus immerhin aber da merkt man sowas von den unterschied bist du deppert ja aber gleich in der zweiten mission so einen fetten gegner weiter ist hart ist definitiv hart meiner meinung nach also die karten bleibt da das finde ich gut das finde ich wirklich gut das finde ich wirklich gut das finde ich wirklich nicht schlecht dass die karte bleibt bonus munition unbedingt unbedingt gönnt ihr digi gönnt ihr schauen wir mal 2000 da kann man schon was anfangen da kann man schon was machen das ist hübsche machen wir mal 69 hä so vor shadowing das erwartet dich du missgeburt So quasi. Ah, scheiße. Ja, dann lieber den Defibrillator. Definitiv. Hm, so machen wir das. Also. Weiß ich wenigstens, aber es ist halt wieder die Frage, wie die Reichweite ist, weil wenn der ein oder andere zu weit weg ist, ist es auch ein bisschen orsch. Dann rennst du ihm die ganze Zeit nach mit dem scheiß Medikit. Das brauchst du dann auch wieder nicht. Die Dinger sind noch immer da. Das ist das Geschissene. Schlag ich mir einfach an. Super. Na, na, gleich 180 Grad Drehung. Super. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass ich meinen Harpschi triff. Ja, jetzt ist gerade Zeit. Kann ich mich wieder stumm schalten? Ich verstehe nicht, warum das so eine Missgeburt ist. Vielleicht lieber nächstes Mal ein privater Lobby machen und tschüss Baba. Also mit dem Puppenjet. Oh, wir sind gefickt. Oh, wir sind gefickt. Lieber mal die kleinen, oder? Lieber mal die kleinen fertig machen. Das Problem ist der Schwab. Ich glaube, ich werde gerade ein bisschen angeknabbert. Was? Ach, der Bub war da. Passt, danke. Sehr gut, 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 sehr gut. Wenn alle wunderschön auf ihm losgehen, dann ist es Baba-mäßig. Der eine war gescheit und ist gleich oben geblieben. Passt, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das, ja, wenn alle wunderschöne da sind, was baut. Aber, wenn alle wunderschöne da sind, ich bin einfach sicher, ich bin einfach nicht gewollt. Oh, der wird wieder einmal wieder verschleppt, der arme Hund. Super. Ich habe ständig jetzt Angst, dass ich auf irgendwen wichtiger Schieß. Komm her da. Komm her da, Havara. Komm her da. Komm, komm, komm. Wieso gehst du weg? Wieso gehst du weg? Ich hoffe, ich habe dich jetzt gehalten. Wenn er jetzt selber schwebt. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, selber schwebt. Ich hätte erst einmal nachladen sollen und dann einmal. Schießt dann halt drüber und dran. Nein, ladet währenddessen so nach, alle warten so. Du darfst durch nachladen. Du darfst durch nachladen. Was ist denn da, Schönes? Oh. Oh, shit. Oh, shit. Wir sind gefickt. Oh, shit. Kommt der Nägel wieder der Gros. Ja. Ja. Hab ich es gesagt. Hab ich es gesagt. Äh, äh, ich. Wird zwar gern, aber... Ja, ja, jetzt geht's. Ja. Passt. Würde mich am liebsten so dermassen gern selbst stummen. Ich hoffe, jetzt passt's. Ja, wahrscheinlich auch wieder nur für eine kurze Zeit. Sorry, dass es immer sein muss, aber... Ja, ich werde das nächste Mal schauen, dass ich vielleicht mal so ein privates Team-Chat mache und dann einmal ein bisschen herausfinden muss, ob man mich dann trotzdem noch im Livestream hört, weil dann störe ich wenigstens niemanden beim Zocken. Weil es fuckt ja doch extrem ab. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ist alles okay, Mann? Aktivieren? Okay, passt. Oh, entmal draufkommt das keine... Das kann ich ja mal für mich aktivieren, aber nein. So, wenn ich vielleicht frisch angriffen worden bin, dann vielleicht. Dann vielleicht. Safe. Oh, komm. Oh, guin. So, was haben wir denn da schönes? Oh, nein. Nur Position. Oh, nein. Das ist fast. Das ist fast. Das ist fast nur Position. Nur Position. Super. Kommt der eh schon der Große. Kommt der eh schon. Super. Sheerst du auch. Sheerst. Sheerst. Wie ist denn da hinten? kommen sie kommen sie kommen sie irgendwas mit verbatzt mit verbatzt gehen die schnell gehen wir gehen die gerne gehen aber jetzt aber jetzt ganz schnell offen ganz schnell offen mit java aber jetzt ganz schnell ich kann mich immer zu alt du scheiße unbedingt unbedingt wenigstens ein bisschen wenigstens ein bisschen und wo ich ihn gerne hieß kann ich wenigstens retten so hätte ich mir doch kommt es doch vielleicht in das sogar sein kinder was das wird beobacht er aber beobacht er ob er nicht vielleicht doch was eingesteckt hätte es wie es wie es alle gleich beobachten hat er was hat er was kaputt und tschüss dieser stelle da also im weg ist dann geht da nix wahrscheinlich die letzten resten der restung das violett ist dabei was ist wieder die violett ist aber rot oder ist es noch besser als wie das gelbe freuen wir aber schon alle sind schon längst weg alle sind schon längst weg in dem bereich super ich bin der einzige wieder ja ist wieder mal nix wenn ich da in dem wunderschönen sackgassel da bin bin ich da noch immer aufgefressen what the fuck oder wo wir essen oder aber bitte schnell ich bin da aufgefressen und es ist so wenig so wenig nun immer wieder es wird nix es wird nix ähm ja ich glaube es könnte vielleicht mal langsam zeit werden mehr ist da auch nicht drin mehr ist da auch nicht getrieben die letzte munition super alter alter aber jetzt ganz schnell aber jetzt ganz schnell scheiß aufs feuer scheiß aufs feuer alter ja ich weiß nicht so ganz aber ich glaube ich bin hinig ich glaube ich bin tot ich weiß aber nicht so schaut nur so aus ja ich bin tot aber da allein schon bei der zweiten mission bruder fuk das ist ein ort das ist ein ort Ich will gar nicht wissen, wie der härteste Schwierigkeitsgott ist. Nur der Bot ist wahrscheinlich bereit. Ich hätte aber trotzdem gesagt gehabt, so, einmal geht noch. Aber wir überleben nicht lang. Gerade in dem Bereich. Weißt, ist gar nicht mehr so uns wieder, weißt? Wir sind eigentlich gar nicht mehr so schlecht.